Und wer auch immer seine Religion verlässt und dann als Käfer stirbt, so sind es diejenigen, denen Allah alle Taten löschen wird. Und sie werden für ewig in Jahannam bleiben. Subhanallah, wer will dich rausholen aus Jahannam? Die Leute, wenn sie in Jahannam sind und sie werden bestraft mit den grauenvollsten Strafen, liebe Geschwister, dann werden sie zu Malik, zu dem Höhenbewächter rufen. O Malik, Allah, dein Herr, soll ein Ende mit uns machen. Er soll uns vernichten. Wir können die Strafe nicht mehr aushalten. Was ist die Strafe von diesem unbarmherzigen Engel, den Allah so erschaffen hat? Ihr müsst bleiben. Ihr werdet nie wieder herauskommen aus dem Höllenfeuer. Wer will dir helfen? Wer soll dir helfen zu so einem Zeitpunkt, oh Dina Allahs?